Hallo und herzlich willkommen erstmal hier zum Anfang des Videos und mal wieder ein Video und heute mal ein richtig geiles Video, liebe Freunde. Und zwar, liebe Freunde, heute wollte ich mal die ersten Anfänge zeigen, wo ich Motocross gefahren bin. Ihr seht meine Reaktion da drauf auch. Auch. Ja gut, ich würde sagen, ich labere gar nicht so lange drum rum. Pinky Kopfhörer natürlich nicht. Ist ja natürlich klar. Pinky Kopfhörer sind immer nice. Die passen natürlich perfekt, wie alle anderen sagen auch. Bevor ich jetzt anfange, wollte ich noch kurz sagen, die letzte Woche kam ja kein Video. Die letzte Woche. Ah, das war sogar deutsch. Es kam kein Video, weil nämlich mein Computer komplett am Arsch war und ich nichts mehr schneiden konnte. Ich habe jetzt auch einen neuen Computer, also müsste alles richtig schnell jetzt laufen. Dann würde ich sagen, die ersten Filme und Szenen, wo mein Fahrzeug damals gemacht hat, wo ich auch das erste Mal gefahren bin, seht ihr jetzt. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ah, da muss ich es nochmal kurz zeigen hier. Jockey Cell. Oh ja, das sind alle meine Videos. Nice. Freunde, das ist natürlich richtig geil. Das sind die Bilder, wo ich, äh, genau. Ne, die ersten zwei Bilder, die sind mir einfach so peinlich. Genau, ja, ähm. So ein kleiner Fratz war ich damals, Freunde. Kann man nichts machen, ne? War ich mal ganz groß hier. Genau, da war ich, glaub, grad pissen. Aber dazu wollte ich, glaub ich, nicht mehr wissen. Und keine mehr, äh, keine, äh, keine, äh, ach, vergesst's einfach. Ja, da war ich schon angezogen. Warum hab ich eigentlich grad Kopfhörer auf? Ja, hier, da seht ihr mich so süß. Oh mein Gott. Alle werden sich denken, Ah, wie süß, oh, wie süß, oh, der war ja so putzig. Noch ein Bild, okay. Mein Vater, yes, der ist auch das erste Mal gefahren, Freunde, falls ihr in den Kommentaren fragt. Ah, das war doch schön, da hat er den Bayerischen Wald... Oh, nee. Habe ich da ne Kette an? Rote Augen sind auf jeden Fall wieder richtig am Start. Und da hab ich zu Weihnachten natürlich noch im gleichen Jahr, wie es sich gehört, ne 50er Beta bekommen. Hui. Die ging mal gar nicht ab damals, das weiß ich noch. Ach, nee, da seh ich aus, als wär ich fett. Ah. Junge, was geht schief, Mann? Kann man eigentlich nicht mehr dazu sagen, ne? Ach ja, moin, da hat's mir grad fast auf die ... ... gelegt. Ähm, ja. Das ist ja mal, äh, äh, das schärfste Bild, was ich hier gesehen hab. Äh, jetzt kommen die Videos. Hä 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 hä. Also, wie man sehen kann, die Kamera hat auf jeden Fall zwei Euro gekostet. Ja, ähm, kann ich gar nicht so viel dazu sagen, außer dass die Grafik einfach komplett heiß war, damals, aber kann man nicht ändern, das war ja 2011, das war ja vor zehn Jahren oder so. ... Ach, schönes Haus dann. Hi, hoi, schönes Haus. Ach, schlussend, ok, äh, nächstes Video. So, oh, wie lang geht es? Und was ist das? Ähm, wie man mal sehen konnte, bin ich auf jeden Fall gerade durch eine Pfütze gefahren. Jetzt muss ich mal nochmal Slow-Mo einblenden. Ja, bin ja auch fast wieder ausgerutscht, ne? Ähm, und da fahre ich um die Kurve und... Ach, da hat man doch... Genau, da habe ich in die Kamera geguckt. Und zwei Sekunden später hat es mich fast auf die Fresse gelegt, weil ich weggeguckt habe. Genau, wie man sehen konnte, bin ich gerade am Högel vorbeigefahren. Der eine hat gerade auch, wow, geschrieben, genau. Ja, ähm, da fahre ich wieder hinter, bin dann gleich wieder hinter den Bischen verschwunden. Und jetzt ist das Video zu Ende. Ah. Und nochmal, also meine Fahrskills damals, die waren ja wirklich, äh, on-flieg, würde ich sagen, ne? Und das war mal ein anderes Video, äh, ich hab einfach mal auf erst ein paar Sachen reagiert, wo ich damals gefahren bin. Meine Beta, meine, irgendwas anderes. Schreibt mal in die Kommentare, ähm, wenn ich mal wieder so ein Video machen soll. So ein ähnliches Video, ich fand's sehr cool, äh, hat nur 50 Stunden gedauert, bis ich das hinbekommen habe mit dem Bildschirmaufnahme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert natürlich auch. Wenn ihr das noch nicht getan habt, wir sind jetzt kurz vor den 800 Abonnenten. Ja, dann könnt ihr gleich mal in die Kommentare schreiben, was für ein Special ihr sehen wollt. Und dann, bum bum bum, kommt vielleicht noch ein Special. Ich glaube, jetzt einfach gerade schon wieder zu viel. 13 Minuten 48. Egal. Tschüss. 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 Tschüss.